Ah, da muss ich mal kurz gucken. Ich glaube das war dieser Speicherstand. So, wir hatten ja mit... Warte mal... Ah, stimmt, ja. Palmons Digitationsreihe bis Ultra und drei neue Mega-Level-Digimon. MachineDramon, Dinorexmon, Spinemon haben sich uns angeschlossen. Aoi im Kaito. Jo. Dann quatschen wir mal mit Minoru. Das ist Minoru. Minoru. Mann, was bin ich vor dich zu sehen? Minoru? Takuma? Takuma? Was ist denn? Hattest du auch eine unangenehme Vision? Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist oder was passiert. Ich kann mich irgendwie nicht konzentrieren. Takuma, was auch immer das hier ist. Gut ist es nicht. Wir sollten zurückgehen. Wir sollten hier weg. Ja, selbst ich sehe, wie gefährlich es hier ist. Aber erst müssen wir die anderen finden. Wenn du weglaufen willst, mach das. Ich suche weiter. Nein, ich will nicht allein sein. Bleib bei mir. Bitte, ich rede auch nicht mehr übers Weglaufen. Bleib bitte einfach hier. Hey, entspann dich, Mann. Alles gut. Ich lass dich nicht zurück. Hm. Oh, genau. Minoru? Die ganze Sache ist irgendwie komisch. Warum kann ich es nicht genau sagen? Also, was ist mit Falcomon passiert? Hä? Falco, was? Falcomon? Er ist nicht bei dir? Oh, äh, naja. Wurde ihr getrennt? Äh, ja, genau. Dieser Typ ist einfach allein weggegangen. Er ist einfach allein weggegangen? Reden wir hier von Falcomon? Das ist seltsam. Die beiden haben so viel durchgemacht und ihre Bindung vertieft. Trotzdem verlieren sie sich einfach so aus den Augen, als wäre nichts dabei? Wie auch immer, Mann. Finden wir alle anderen verschwinden hier so schnell wie möglich. Wie auch immer, bedeutet der Falcomon wirklich so wenig? Du bist nicht Minoru. Wer bist du? Was? Der Minoru, den ich kenne, wäre niemals so respektlos. Vor allem nicht jetzt. Bist du eine Lesion wie Ryo und Shuji? Oder vielleicht bist du... Aha. Ja! Warum bist du ausgewichen, Takuma? Es wäre einfacher gewesen, hättest du es nicht gemacht. Du bist nicht Minoru. Wer bist du dann? In Kenzoku. Zurück, Takuma. Ich kümmere mich um diesen unechten Minoru. Pasang gerne. Auch. PhD ist für eine Kiste! Das ist doch... Bau,LER. Wie funktioniert die Kiste. 's, wieder? Aber hier... Bist du located das Chicken? kometen haben wir interessant das war dumm neben k k k k k k k k k Das war's für mich. Ich hoffe, die kommen ein bisschen näher zusammen. Oh oh. Nicht gut. Okay, so. Blossom macht noch jetzt den großen fertig. Mhm. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, das reicht. Leider daneben. Gehe ich mit den drei Champion auf die beiden Dobermon. Ich bin mega auf Saber Leomon. Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Heiß. Team Angriff, so muss das. Das war's für heute. Ja, das war's für heute. Bei Tino Rechtsmann finde ich das ein bisschen unpraktisch, so seine mittlere Beinkralle, sag ich mal. Ja, das war's für heute. Da ran? Nee. Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Okay, ne? Fähigkeitsfrucht wachs im Stein. Sehr schön. Ich hab grad auf TP geguckt. Okay. So. Ja, sehr schön. Gehe ich jetzt nichts weiter. Gehe ich jetzt nichts weiter. Jo, dann. Das sind Aoi und Kaito. Aoi, Kaito, ist alles in Ordnung? Das kann nicht sein. Einfach erbärmlich. Ich hatte geschworen, Mio zu beschützen. Verdammt, das, das hätte nicht passieren dürfen. Kaito? Dracmon? War nie als Anführer geeignet. Ich, ich habe nicht das Zeug dazu, alles zusammenzuhalten. Aoi. 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 Aoi, Labramon. Was ist denn bitte in, in euch gefahren? Hat Renamon sie in eine Illusion, in seine Illusion gefangen? Warum sollte Renamon sowas machen? Will er uns dazu bringen, uns dem Nebel zu opfern? Aber Miyuki war schon wie eingefroren und der Nebel kam näher. Er war auch schon wie eingefroren. Der Takuma, hier drüben. Was? Feinde? Das nenne ich mal schlechtes Timing. Auf. Auf. So. So. genau so sehe ich es auch auch das noch so ein angriff von hinten ja solche arschgesichter absolute stille moment habe ich das schon ja Und, ähm. Ja. da ist jetzt ein leichtes schön an den vorbei damit es ein angriff von hinten ist ja passt ja 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 Nice. Ne, halt, stopp. Erstmal. Ja, kann man, kann man machen. Hat da, jo, einmal ums Eck und einmal auf gerader Linie. Was hatte ich noch? Habe ich noch irgendwas bekommen? Einigender. Nee, nee. Okay. Mittler Ausdauerkristall. Ja, der bekommt den. So, und ich habe Fähigkeitsfroh. Kügelkarotte. Und die Erdnuss. Die haben die Bösen besiegt, aber diese vier stecken immer noch in der Illusion fest. Können wir irgendwas tun, Takuma? Argumons Stimme hat mich aus meiner Illusion geholt. Wenn ich vielleicht das gleiche für sie mache... Reißt euch am Rieben, Leute! Lasst euch von dieser Illusion nicht täuschen! Hä? Oh, verdammt! Was zur Hölle haben die mit uns gemacht? Seid ihr wieder normal? Ja, Mist, was zur Hölle haben wir bis jetzt gemacht? Danke, Takuma. Deine Stimme hat ihn zu uns zurückgebracht. Hi, Pichi. Wir sind in einer Bibliothek? Wie sind wir denn hier gelandet? Und wo sind wir überhaupt? Das ist ein neu aufgetauchtes Gebäude. Ihr wart zu sehr mit Renamons Illusion beschäftigt. Renamon? Stimmt, das war eine Falle. Takuma, ich... Ich habe Haru gesehen. Echt? Nein, warte. Wenn ich recht überlege, könnte das auch zur Illusion gehört haben. Ja, ich habe ihn gemacht. Ich habe den Kohleofen angemacht. Puh. Mir platzt gleich der Schädel. Schon okay, Kaito. Nimm es locker. Es geht ihnen... Es geht ihnen nicht gerade gut. Könnte schwer werden, sie irgendwo hinzubringen. Leute, versteckt euch hinter dem Bücherregal. Ich suche die anderen. Hä? Welche anderen? Wie sind die... Hä? Sind doch schon alle gefunden. Obwohl, der Professor fehlt noch. Alles klar, sei vorsichtig. Alles klar, sei vorsichtig. Ähm. Stören wir? Und mir fällt gerade was auf. In Elements... Kommt keine... Erinnerungen. Warum denn das nicht? Okay, der Bot ist auf jeden Fall mit im Chat. Na gut. Sie haben ihn gesagt. Okay... Herbert, in diesem Falle sind sie die idee. Nein, nein. Sie strahandeln. Sie sind nämlich... Sie sind die Ar eta すde componentell er근�. huge für den Druck. Merkt man. Aber ist eine Illusion nicht etwas bewusst erzeugtes? Ach von seiner Seite aus bewusst erzeugtes? Also quasi eine Art Paktraum? Nee, es wäre wiederum unbewusst. Denkt er darüber nach, um sich zu beruhigen oder macht es das nur noch schlimmer? Hm, vielleicht sollte ich ihn davon abhalten. Im Zuhören, ihm sagen, dass er sich beruhigen soll, warten und zuschauen. Zuhören. Das da wäre? Ich denke, dass er sich nicht mehr als Schmerz ist. Wenn ich mich nicht in der Bibelküse, um sich zu entfernen, um sich zu entfernen. Das ist das? Das heißt, wenn ich mich zu entfernen, um sich zu entfernen. Aber ... Aber ... Aber ... Aber ... Also ... Ich kann mich auch nicht auswählen? Oder noch etwas anderes? Das ist ... Ich bin ... Taguma, Agumon ... Kann ich ein bisschen sprechen? Natürlich. Ich bin ... Ich bin ... Die Karten, die wir schon längst reingeschaut haben. Mein Name ist ... Minase Akiharu. 50 Jahre ... Minase Miyuki, Haru. Ja, das ist ... Nichts Neues, Professor. So, das ... Sein Verhalten, Miyukis Worte und das Foto. Ich hatte schon so eine Ahnung. Ach, komm, Takuma. Als ob du eine Ahnung hättest. Trotzdem klingt es seltsam ... Das aus seinem Mund zu hören. Ich bin seitdem ... Diese Geschichte ist ... In der alten Welt ... Nichts Neues. Warum? Wir versuchen eine Verbindung zu Miyuki zu kriegen. Damit der Meister aus ihrem Körper rauskommt. Und gerade diese Information ist halt so ... Hey, ich bin dein Bruder. Wir haben eine Verbindung irgendwie zusammen. Es ist unnötig, das zu wissen. Warum belasten ... Warum belasten ... Warum belasten ... Naja ... Naja ... Von ... Aus der Richtung betrachtet ... Ja ... Weil die 50 Jahre nicht gesehen haben. Das war ja ... Renamon ... Renamon hasst Haru, weil ... Haru verschwunden ist. Und Miyuki quasi ... Im Stich gelassen hat und Renamon als einziger übrig geblieben ist, um Miyuki zu beschützen. Ähm ... Mit dem Meister hat sie sich ja zusammengetan, damit ... Sie quasi die anderen Kids gegen Miyuki tauschen kann. Wissen wir ja. Aber gut ... Das ist ... Das letzte ist ja eine Information, dass die halt nicht haben können, weil ... Ja, das hat Cutscene gesehen. Ja. Wenn ich mich ... Ich bin gespannt. Oh ja. Ich bin gespannt. Um.. Tata Kiyo-zen.. Ich habe daran gedacht, dass mich nicht nicht alles davon fühlt, aber ich hatte mir mich dann mit mir nachsischem. sagen wird ein bisschen früher wäre vielleicht cool gewesen aber gut wir dachten das ist halt so 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 Ich habe es schon gesehen. Ich habe es schon gesehen. Ich werde es nur alle rauskommen. Taku Ma! Ich habe es nicht so, was ich. Aoi, Kaito, ich bin schon wieder. Welcher Person? Achso, wir. Rausgehen. Okay, die Tür ist vielleicht verschlossen, aber die kann man aufbrechen. Ich meine, hey, wir haben fünf Digimon dabei, die sich alle auf mindestens Ultra-Level digitieren können. Argumon auf Mega, also ich bitte euch. Wenn ihr alle zusammengezogen habt, dann öffnen wir die Tür oder die Tür auf die Tür, und wir können die Tür aufschmelzen oder aufsprengen. Ich glaube, wir können die Tür auf die Tür, und wir können die Tür aufhören, und wir können die Tür aufhören. Ja, klar, ey. Willst du auch einfach so sterben? Ist das so dein Ding? Hobi? Nur weil wir recht haben. Oder weil die recht haben. Aber die haben doch ein gleiches Ziel. Warum also nicht zusammenarbeiten? Ah! Ähm? 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 Ja Ago, das meint sie. Meint er. Die Frau ist ein Geheimnis. Ich habe viele Geheimnis und die Welt der Frau ist das erste Mal. was ich noch nicht so dass der meister das macht danke professor du sagst wie takuma für dich Was ist das für mich? Nein. Genau. Es war ein paar Jahrzehnte, vor dem Sie in der Welt waren. Viele Kinder haben, wie Sie in dieser Welt verletzten. Die zwei Kinder haben in der Mitte. Minase Miyuki und Minase Akiharu. Minase... Aki... Haru. Haru, was war. Miyuki-chan, Akiharu... Haru... ...Ku? Du bist. Minase Akiharu. Nein. Haru. Ja. Vor 50 Jahren... ...ist Miyuki verschwunden. Ah! Stimmt. Ja, 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 ja. Ja, ja, ergibt Sinn. Ich hätte ansonsten gesagt, dass kein Mensch in der Digi-Welt altert. Oh, das ist... Ja, oft Fantasy, aber... Kann man so hinnehmen. Ja. 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 Ja, nur aus irgendeinem Grund hat er scheinbar alles verdrängt oder vergessen oder so. Ja. 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 Renamon. Ich habe das hier gesehen, was du hier gesehen hast. Ja. 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 ...Miyuki hat ihn aber zurückgeschickt. So, was die... Ich hecho ein 기억freund pour die Welt, hat er eine Schaufte, auf einen Ruhiger an sichere. Mühwaki hat mich das Gefühl in seiner Selbstmord. Die Mannschaft hat mich an, Was hat eine Rolle? Ich bin mit meinem Frieden, Mama hat mich auch von Mühwaki aus lange nach Feiden ich bin mit dir, die Freiheit in seinem Geist. Ja, aber es war trotzdem Miyukis Entscheidung. Ja, und die Fähigkeit hat sie jetzt da theoretisch gesehen wieder. Die Frage ist, hätte es einen Unterschied gemacht, wäre er geblieben. Ja, und hier ist die Rettung. Ich wusste es! Ich habe es die ganze Zeit gesagt, dass das Haru, Haru ist Renamon, der junge Haru ist Renamon. Miyukis Digimon, ich habe es die ganze Zeit gesagt. Ich habe es richtig, wie ich mir das alles году. Miruki hat es bereits immer Five-Marsch-Marsch-Marsch-Marsch-Marsch-Marsch-Marsch-Marsch-Marsch-Marsch-Marsch-Marsch-Marsch. Ich bin jetzt immer noch so wie ich auf diesen Verschmarsch-Marsch-Marsch im Moment. Oh, bei dem ganzen Hass, den Haru verspürt. Den Renamon verspürt, muss das echt schwer gewesen sein. Du hast dich, bis so eine Hälfte zu werden, immer, 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 du hast dich wirklich beschützt, ich meine, wer hat die andere Hälfte zurückgebracht, ihre Seele? Nicht du, das war Takuma. Gut, war auch nicht der Professor, aber auch nicht du. Und was haben die anderen Kids dir getan? Das wird dem Meister aber nicht reichen. Das ist dir bewusst, ne? Ja? Ja? Ich habe keine Rückmeldung, aber ich habe keine Rückmeldung. Aber ich habe keine Rückmeldung, aber ich habe keine Rückmeldung. Aber... Aber ich weiß, dass meine Wille auch schwer ist. Das heißt, dass ich mich nicht so schrecklich machen kann! Miu! Ich möchte mich nicht zu einem仲間 sterben! Ich möchte mit Floramon gehen! Ich weiß, dass du dich verletzt hast. Wenn du dich so zu denken, dann wirst du nicht mehr so zu sein. Aber ich weiß nicht, dass ich mich nicht so verletzen kann, dass ich mich nicht so verletzen kann! Alle... Ja, das stimmt! Renamon, ich denke, dass ich mich nicht so verletzen kann, dass ich mich nicht so verletzen kann! Richtig. Gott, wie verblendet. Das Ding ist halt, es hat halt nicht funktioniert, weil du alleine warst. Es gibt ja diesen Spruch, gemeinsam sind wir stark. Takuma alleine schafft das auch nicht. Nur mit Hilfe des Professors. Ich glaube, der Professor alleine würde auch nicht zu ihr durchdringen. Ich bin der Fall. Ich kann mich nicht mehr überwachen. Ich bin der Fall. Ja, ja, ich bin der Fall. Wir sind der Fall. Aber wie kann, wie kann Renamon sich ohne? Wie kann sich Renamon ohne die Hilfe von Miyuki weiter digitieren? Ne, achso, dass ich jetzt zweimal Saber-Leomon Meine Armee, ein Mega-Level-Digimon hier Was ist denn jetzt los? Ach komm Da ist eine Kiste Die hole ich mir mit Falcomon Ja, fuck Na, fuck Ich hätte mit Speedmon hier stehen bleiben müssen Na, geh mal da lang Na, geh mal da lang Okay Ich bin sicher, ich bin sicher Ich bin sicher, ich bin sicher Ich bin sicher, ich bin sicher Ich bin sicher, ich habe einen Baum zu sehen Dank Uhr Ich bin sicher, das ist etwas kipts Ich bin sicher, ich bin vehement zu müssen da kommt es so geil oder noch genau ein nach scheiße weil ich irgendwie es nicht hingekriegt habe den zu drehen ich bin Ich muss mich verletzen. Ich muss mich verletzen. Ja, das ist so gut. Wer will mich genommen werden? ... 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 h h h h h h h Das war's für mich. Oh, nice. Das sind nur noch die drei Gegner, ne? Ja. Mhm, mhm, mhm. Haut er jetzt echt ab? Ja. 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 Ja, ja. Ja. Was ist das? Du hast mich geholfen. Du hast mich geholfen. Mhm. Das ist alles. Das war's für mich. 11 stück sehen ja wohl nie ich mag es auch jetzt schon von hinten ich stand da einfach bis da vier stück was macht dieser schutzkristall schlafgift und siegelwiderstand das ist sehr nice das gefällt mir ja da haben wir aber ich darf da 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 und die siegel und die siegel ja da Hi Meilen. I'm not a good one anymore. I can't win. I can't win. I can't win. I'm not a good friend. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr verletze. Ich weiß, dass ich mich nicht mehr mit mir verletzeihe. Ich bin nicht von mir geholfen. Er hat nicht vor, das nochmal zu tun. Ich bin einig, aber es ist nicht so wichtig. Aber ich möchte jetzt arbeiten. Ich glaube, dass ich mich nicht mehr so interessiert habe. Ich glaube, dass ich mich nicht mehr so interessiert habe. Ich glaube, dass ich mich nicht mehr so interessiert habe. Was ich sagen? Das war doch vor. Woran denkt er gerade? Es geht da, also der Text so geht über den Bildschirmrand hinaus weg. Keine Ahnung, was er da gesagt, weil du daran glauben willst, irgendetwas. Aber, erstenscheinend, dass ich mich an der Frau schrecklich habe. Und jetzt ist er, wenn ich mich an den Frau schrecklich habe, wenn du dich an der Frau schrecklich haben. Das ist das, was ich das zufrieden. ich verstehe halt nur nicht warum warum renamon rio dann als auch von der brücke gefallen ist gerett obwohl wenn er wenn er so gestorben wäre durch den sturz hätte er nicht als opfer fungieren können das ist das das ist der auch nein ja wer wohl Ich bin jetzt noch ein Wettbewerb. hinter dem meister ist immer noch wichtig das ist nicht mehr kitty das macht kreter kreter kürter Oh, und noch ein Kampf. Und deswegen kann Miyuki im Inneren gegen den Meister kämpfen. Vielleicht nicht eine Stimme, aber mehrere. Ah, dann... Ich glaube, du hast... Es gibt keine Stimme wie eine Stimme. Ich habe mich gebrochen. Welche Überraschung? Nenna, ich habe keine Ahnung. Miyuki hat mir geantwortet. Ich habe mich noch mit dem Geist. Ich habe mich noch mit dem Geist. Jetzt sind sie zu dritt, die halt... Plus noch die hier... Aoi, Kaitosaki und so weiter. Ja. Ich habe mich noch mit dem Geist. Ich habe mich noch mit dem Geist. Gehe, Mewki. Mewki, bitte! Gehe! Re... Re... Ar... ...Haru... ...Miyuki ist schwach. Also geschwächt. Miyuki! H-h-h-h! Hahahaha! Kechne! Miko ist bereits in meinem Schuhe! Nein! Miyuki ist auch nicht dein Ding! H-h-h! Sie sind nicht dein Ding! Sie sind nicht dein Ding! Sie sind nicht dein Ding! Wie ist es? Miyuki, H-h-h! H-h-h-h! 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 Ja! Sakuya-mon Magd des göttlichen Willens Errungenschaft freigeschaltet Wird sie auch kontrollieren oder läuft sie von alleine? Oh mein Gott Da ist die Kiste, kann ich unterwegs holen Warte mal, doch, doch, doch Das reicht aus Das reicht aus Das reicht aus Das reicht aus Das war's für mich. Was hat aber dann die Anländer? Was? 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 Was her so? Was? Ich bin là 이�t! Was?! Ah! Du hab ich nicht! Sie sind ja auch, ich war's! aber nur mal Das war's für mich. Das war's für heute. Da muss ich nicht mehr wissen. Was soll ich mit dem? Was soll ich mit dem? Ich glaube, es wird die Aufmerksamkeit. Was soll ich mit dem? Das ist das Problem! Das ist mir leid! langsam plus stimmt ich habe ja noch absolut gestillte um der eine kleine die drei kleinen ja 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 Das war's für heute. Oh, du Arschloch. Ja doch, nicht hier aus. Well, nee. Komm. Komm. Aus? Nein. Ich bin der Hauptsache. Okay. Das ist schön. Ich habe die vor allem in der Landwanderung, das war so. Ich bin es bereit, die Kommandung zu bleiben, sondern die Kommandung zu werden. Ja! 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 Ich bin so. so ein geier alter wo kommt denn leck mich das ist doch eine scheiße der kampf zieht sich einfach klaren Blankenangriff, jo So muss das Ey, das ist doch Was ist denn los, sag mal Was ist denn los, sag mal Was ist denn los, sag mal Das interessiert mich nicht Ich hab das Gefühl, dass Nakuyamon sich jetzt zurückentwickeln wird Ja Geht doch ey Das erste Mal, dass sich einer zurück digitiert hat Gehört jetzt Renamon mit in meinem Team Wie es aussieht Nice Transzendentale Rune Finde ich sehr nice Und verlangsamt plus Oh, okay, okay Moment Sorry Langsam los Ach nee, das mit der stille hab ich schon ergeben Und war Renamon da Jubimon, Taumon, Sakuyamon Nice 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 So Erstmal so Hmm Hmm Mh... Es macht das Lungen. Das ist doch! Und dann... Ah, da schaubt er noch. Ja. Die, die die größten Verbindungen zu ihr haben, von der Gruppe, sind halt Renamon, der Professor und Takuma. Und wenn dazu noch die anderen mit auf sie einreden, wirklich alle zusammen, das könnte funktionieren. Ja, das war's für meine Frau. Ah, das war's für mich. Ah, das war's für mich. Das war's für mich. Mewki ist anders als andere Menschen. Sie hat eine gewisse Kraft. Das ist die Kraft von Miko? Genau. Sie können nicht leben. Sie können die Kraft. Sie können die Kraft der Welt mit der Higa. Die Kraft der Welt mit der Higa. Das ist, dass die Frau auf die Higa. Endlich erfahren wir mal ein bisschen was. Die Frau ist, dass sie mit der Higa. Mit der Higa. Und seine Macht auszuweiten? Das war's für mich. Das ist eine Wettbewerb. Das ist eine Wettbewerb für die Welt. Warum das? Was? Was? Was ist das für eine Wettbewerb? Was ist das für ein Wettbewerb? Was ist das für ein Wettbewerb? Was ist das für ein Wettbewerb? Ich bin nicht. Ich weiß nicht, was ich wissen. Was wissen? Ich dachte, er wäre die Quelle des Nebels. Die anderen wollen den Nebel aufhalten und Miyogi befreien. Gleiches Ziel, wir können zusammenarbeiten. Es muss einen anderen Weg geben. Sag ich doch. Äh? Hm? Stopp, warte mal. Ich habe ja hier noch eine weitere Dingens, ne? Die Frage, wen lasse ich digitieren? Ich weiß, wen. Äh, wo ist er? Wo ist mein Magna Angonemon? Daaa. Ich probiere ihn auch cool. Ah, ne, ich will äh, ich will Seraphimon haben. Schlag der sieben Sterne. Hihihihi. Ja, ich will euch auch mal. Ich bin ein Mensch, oder? Du bist, was ich? Ich bin, was ich. Ich war es mit dem Herzen, aber wir waren mit einem Freund zusammen. Es ist ein Problem. Wenn ich mich nicht gefährlich unterteile, dann würde ich mir da. Tja, Renamon, so fühlt es sich an, wenn man Freunde hat. Tja, Renamon, so fühlt es sich an, wenn man Freunde hat. Jetzt fehlt nur noch Garurumon. Die Welt, die ich erschaffen habe. Rein von Homeostase oder Yggdrasil, je nachdem, in welcher Staffel man sich befindet. Ich bin dumm. Ich bin dumm, ich bin dumm. Ich bin dumm, wenn ich deine Welt wiedersehen will. Welches Opfer? Die Stimme jagt mir einen Schauer über den Rücken. Als wäre sie direkt in meinen Kopf. Das ist einfach zu viel. Ja, weil sie zu wertvoll für dich ist. Darf ich einmerken, dass das ein bisschen strange klingt? Mach das nicht. Er will sie komplett übernehmen und die anderen nicht zu ihr durchdringen können. Diese Person ist wütend. Unglaublich wütend. Sehr vertrauenserweckend. Was ist hier los? Mir ist so schwummerig, als würde jemand mein Bewusstsein übernehmen. Es ist nicht gut. Wenn das so weitergeht... Er darf nicht gewinnen. So viel ist sicher, aber trotzdem... Was soll ich nur tun? Nach dem plötzlichen Kampf gegen den Meister in der Bibliothek haben wir uns mit Renamon versöhnt, um Miyuki gemeinsam zu retten. Und dann gelangten wir unversetzt zurück zur Schule. Danach fielen alle um wie die Bauklötze. Auch Renamon, der verletzt worden war. Am nächsten Morgen versammelte Renamon nach dem Aufstehen alle in der Cafeteria. Was? Renamon? Was? 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 Was denn... Was, warum... Was? Was... Was... Warum ist官 Das heißt, dass man normalerweise die Hälfte der Herd an der Welt ist, oder? Dass man sich die Hälfte aufsinnere, so etwas kann? Nicht so wirklich. Du bist ein Schlau! W-würst du! Hahahaha Mewki, so there was a feeling about Mewki. That's why... I can't forget what you said yesterday. That's right. That's why we gathered here. It's something that's important. Oh, I'd like to talk about Mewki's place. I don't want to talk about Mewki's place. Do you know where Mewki is? Mewki is... in the temple. A temple? Is that the temple of the temple? Oh, that's right. Is that true? Is that true? Is that true? Is that true? The temple of the temple is deep in the temple. That's why... It's not true. 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 Wahrscheinlich hat da Professor irgendwas übersehen. Ich habe noch nicht die Frage, was ich? Aber ich habe mir nicht die Frage, was ich? Das ist doch nicht die Frage, was ich? Es ist halt trotzdem schwer zu glauben, weil die waren da schon halt öfters. Okay. Ich glaube ihm. Wird es das? Renamon gibt nicht gerade viele Einzelheiten preis. Aber wie Agumon schon sagte, scheint er nicht zu lügen. Ich glaube, ich glaube, ich bin der Räna-Mon. Ich glaube, die Räna-Mon will mir meine Räna-Mon helfen, weil ich mich gerne will, und ich bin ein Kind. Ich glaube, dass ich so sagen müsste... Ich glaube, ich kann mich aus der Räna-Mon sehen. Ich habe die Räna-Mon mit dem Räupten, während ich mich hervorheb. Das ist ein sehr, sehr wahr. Es ist eine große Sache. Du hast auch meine eigenen Menschen gesehen. Wir müssen in einigen. Ich denke, das ist auch so. Wir wissen es. Wir sind ja immer, was wir, Ich habe das Gefühl, dass meine頭 ein wenig schwerer. Ich habe das nicht geholfen, Lennamon. Wenn ich mich die Hilfe von Mewki will, dann würde ich das. Ich habe es gesehen, dass ich die Flasen gewusst habe. Ich habe das Problem, dass ich das nicht verletzt habe, oder? Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht verletzt habe. Es ist natürlich gefährlich, oder? mit voller stärke einfach sein da oh gott wenn sie haben ist der meister erst mal wieder tatenlos ja dann ist die welt trotzdem nicht sicher ja 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 Das ist gut! Das ist eine gute Idee! Hehehe, das stimmt! Ich habe mich für Minoru gewonnen. Ich habe ein wenigstens gesehen. Hey, ich bin nicht so glücklich. Hey, wie geht es Tachuma? Ich glaube, das ist auch ein reales Werkzeug. Hm? I don't know. I can't go anywhere... ... ... ... ... ... ... ... ... ich habe dann mal erst da draußen greift man direkt an der sich zu sakuyamon digitieren kann aber man kann zu greifen und ich habe einige weitere mega hinterhand ja mit etwas glück die sich halt bald auch digitieren ja genau das muss man sich selbstverständlich noch nicht es ist es ist Was ist das? Was ist das? Was ist das, was das bedeutet? Wenn man nicht die Welt rettet, kann man nicht die Welt rettet? Ich glaube, ich glaube nicht, dass man nicht die Welt rettet. Wenn man nicht die Welt rettet, kann man nicht die Welt rettet? Was ist das? Wie denn? Wenn man nicht die Welt rettet, kann man nicht die Welt rettet? Ich weiß nicht, dass man die Welt rettet. Aber wenn man die Welt rettet, kann man nicht die Welt rettet. Aber wenn man die Welt rettet, kann man nicht nur noch kämpfen? Im schlimmsten Fall, ja. Hm. Ja, genau. Ich weiß nicht. 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 Das ist kein Vorteil. Ich dachte gerade so, ja. Die Zeit verläuft ja anders. Aber mit jeder Stunde, die sie in ihrer Welt sitzen und überlegen, vergeht halt noch mehr Zeit in der Digi-Welt. Aber sollte es tatsächlich eine andere Möglichkeit geben, sollten wir es versuchen Also unterm Strich wäre so oberste Priorität Miyuki retten sowieso Danach einen anderen Weg finden und wenn das nicht möglich ist den Meister besiegen dann damit es geht zu 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 mit 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 die die Ja, die, die zu befreien ist oberste Prio. Das Ding ist, mit Miyuki befreien wäre halt, äh, zusammen im Einklang, sag ich mal, äh, oder. Da hängt ja der Plan mit zusammen, halt wieder in die Menschenwelt zu kehren. Und theoretisch gesehen, könnte man sagen, hier, Miyuki, sing, ne, wenn du befreit bist, sing, geh in die Menschenwelt. Wir kämpfen so lange gegen den Meister und, keine Ahnung, wer abhauen will, kann abhauen. Und der Rest bleibt da, kämpf. Und nach einer Stunde oder so, öffnest du, singst du wieder. Weil dann ist halt, keine Ahnung, ein Tag vergangen oder so, das sollte für den Kampf reichen. Und das Tor öffnet sich und der Rest kann hinterher. So, und sie ist auf jeden Fall, äh, safe. Nein, natürlich ist auch das das Ziel, Jesus. Das gehört ja alles irgendwie zusammen. Um den, um den Meister direkt angreifen zu können, musst du halt erstmal aus Miyuki raus. Das geht ja Hand in Hand. Und jetzt Todo, um den, um die Schatten zu dem anderen, um die Schatten zu halten, um zu retten zu erinnern. Aber auch immer noch nicht die Schatten zu sein. So, ich glaube, es nicht mehr. Ich glaube, ich glaube, dass Sie das machen wollen. Also, dann bitte ich... Ich fühle mich hier die ganze Zeit mit Tabak, ey. So. Ja, das ist mir schon klar. Hallo, du redest ja mit einem Experten, ja? Wenn Redamon das sagt, es kommt mir langsam so vor, als würden unsere Chancen gegen Null tendieren. Quatsch, Digga. Aber wir müssen auf jeden Fall etwas tun, das stimmt. Jo. Jo. Egal was sonst irgendwie noch der Plan ist. Ich habe das Gefühl wir drehen uns im Kreis. Alle haben gerade ganz ernste Gesichter. Wie gut wir auch vorbereitet sind, der Gedanke gegen den Meister zu kämpfen ist gruselig. Es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, keine Angst zu haben. Hey, Tacoma. Alle haben... ... wie gut sie sich nicht. Ja. Wenn wir uns die Gefühle zu machen, dann muss man sich die Gefühle zu machen. Die Gefühle zu machen... ... ist das eine Gefühle zu machen? Guter Punkt. Wir sollten uns wahrscheinlich kurz Zeit nehmen, unsere Gefühle in den Griff zu bekommen. Wir können nicht einfach drauf losstürmen, nur weil wir uns dazu entschieden haben. Wir brauchen jeden Einzelnen, sonst haben wir keine Chance. Ich glaube, ich denke, ich bin der Meinung nach Renamon. Ich bin der Meinung nach, dass wir uns alle auf die Gefühle zu machen. Ich bin der Meinung nach, dass wir uns alle auf die Gefühle zu machen. Vier Bewegungen. Energiebonbons. Sehr schön. Können wir gebrauchen. Oh, Verbandszeug. Sehr gut. Mhm. Sehr gut. z Kapitel 5 Kapitel 5 Kapitel 5 Manchmal suchte er mit traurig gesenktem Blick nach irgendwas. Er traute mir, saß, aber einfach nur da und ließ Trübsal. Als ich ihn so sah, wurde mir das Herz ganz schwer. Ich spielte den Tapferen und sagte, ich könnte hier leben, obwohl ich zitterte, als ich allein war. Als ich ihn ansah, erkannte ich es schließlich. Er war genau wie ich. Meine tapfere Fassade, mein Widerwillen, Leuten zu trauen. Dadurch wollte ich nur meine Schwäche verbergen. Ich wollte nicht dafür gehasst werden, dass ich so schwach und erbärmlich bin. Als ich das begriffen hatte, dachte ich, wir könnten endlich richtige Freunde werden, aber dann, warum? Warum bist du weggelaufen? Läh dich an, lass mich nicht allein! Als ich ihn suchte, schüttelte ein seltsamer Schmerz meinen Körper. Aua, was? Ah! Ah! Mein Körper glühte. Oder war kalt? Das unangebende Gefühl machte mir Angst. Eins war sicher. Ich löste mich auf. Was für ein Abgang. Wenn es so enden würde, hätte ich... Nein, es musste so kommen. Unsere Verbindung war von Anfang an durcheinander. Kein Vertrauen, nur Selbstsucht. Wir wären nie Freunde geworden. Natürlich würde es so kommen, aber wenigstens... Ja, ja, wenigstens soll der Junge in Sicherheit sein. Bevor alles um mich herum dunkel wurde, hatte ich plötzlich den Eindruck, als würde ich den Jungen sehen. Vor der Leere im gleichen Dunkel wie ich stehend, sich mit einem traurigen Lächeln winden. Traurige Hände griffen nach seinen Knöcheln, als ob er in einen unergründlichen Sumpf gezogen würde. Die Illusion hinterließ am Ende einen grässlichen Nachgeschmack. Er ist wie ich. Ehrlich, was hätte ich tun können? Der Junge ist gestorben. Ja, die habe ich nicht ver... Warte mal. Hingstall halten. Extreme Explosion. Warte mal. Warte mal. Okay. schlafen hervor stärke 666 ich habe das gefühl dass das so ein finale bei pokémon ist okay dann war es das an dem punkt speichern und das was für heute heute mal ein kürzerer stream ich weiß ehrlich gesagt nicht was ich jetzt noch irgendwie machen könnte an sich könnte ich eine runde world box spielen